Tut uns leid, die Verspätung. Okay? Tschüss. Ich bin Marinette. Ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Das ist... Ich bin Ladybug, bringe dir Glück. Ohne ein Fest, es ist gelingen. Bitte, Ladybug, es ist verrückt. Für unsere Kraft ist gut und glücklich, Ladybug.